So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal so ein kleines, ja, Gelaber-Video. Es kam ja schon am Mittwoch ein kleines Gelaber-Video. Es ist halt nur ein Video wesentlich für die, wo es interessiert. Aber ich nehme das Video jetzt gerade auch noch vor dem Mittwoch auf. Also ich weiß nicht, ob es gut ankam oder so. Und zwar, da kommen wir auch direkt zu dem Thema, Leute. Ja, habe ich auch schon, ja, habe ich noch nicht. Das Video kommt auch erst später. Ihr seht schon, Leute, auf was es hinaus so läuft. Ich habe ziemlich viele Videos vorproduziert. Weil ich habe jetzt gerade zwei Wochen Ferien und jetzt habe ich halt gerade mal richtig Zeit. Jetzt die nächste Woche zwar auch nicht, aber ich habe jetzt wirklich richtig viele Videos vorproduziert mal, damit jede Woche auf jeden Fall ein Video kommt. Ihr habt richtig gehört, jede Woche ein Video. Wenn ich dann zusätzlich Zeit habe noch, weil ich mache gerade meinen Abschluss, Leute. Sorry, Leute. Ja, ich mache gerade meinen Abschluss. Und jetzt ist es auf jeden Fall wichtig, noch die letzten paar Wochen Gas zu geben, damit ich noch ein paar geile Noten draus haue. Ich habe jetzt dann auch nach den Ferien zwei Gefagate. Gar keinen Bock darauf, aber muss man halt auch machen. Und ja, da habe ich halt echt wenig Zeit dann irgendwie YouTube noch Videos zu machen oder so. Keine Ahnung. Ziemlich viel lernen. Abschluss, damit der auch was wird. Genau, Leute. Deshalb habe ich jetzt in den Ferien richtig viele Videos vorproduziert, damit jetzt jedes, äh, jeden, jede Woche auf jeden Fall mal ein Video online kommt. Das reicht jetzt, glaube ich, bis, ich habe jetzt, glaube ich, so acht Videos oder so. Jede Woche. Leute, ihr könnt es euch ausrechnen, es sind zwei Monate. Für zwei Monate habe ich jetzt vorproduziert. Es ist wirklich richtig komisch, aber jetzt kommt ja das. Wenn ich jetzt aber mal eine Woche oder so Zeit habe in der Woche her, oder mit dem Sandro mal was mache, irgendwie, keine Ahnung, kommt ja immer mal vor, ich mache jetzt, keine Ahnung, einen Monat lang nichts mehr mit dem Sandro oder auch mit anderen Kumpels. Wenn ich da dann mal Zeit habe, dann nehme ich auf jeden Fall ein Video auf und das kommt dann immer zusätzlich in der Woche samstags. Also eigentlich könnte es davon ausgehen, dass ich Mittwoch, Samstag ein Video hochlade. Wahrscheinlich dann nicht richtig aufwendige, aber die sind auf jeden Fall dann auch witzig und was weiß ich, unterhaltsam alles, weil sonst schlade ich es ja auch erst gar nicht hoch. Also Leute, nochmal, um es für euch zusammenzufassen. Ich habe ziemlich viele Videos vorproduziert, weil Schule jetzt dann wichtig wird oder ist schon wichtig und ich das nicht verkacken will und einen gescheiten Abschluss haben will. Deshalb jede Woche jetzt erstmal ein Video, aber sehr wahrscheinlich werden jede Woche zwei Videos kommen, Mittwoch und Samstag. Die zusätzlichen Videos, die ich dann in der Woche irgendwie oder einen Tag davor oder was weiß ich, aufgenommen habe, weil ich halt da dann mal Zeit hatte, wieder ein Video aufzunehmen. Die sind dann nicht vorproduziert, die sind dann aktuell, Leute. Also keine Sorge machen. Auf jeden Fall kommen die richtig geile Videos noch. Kein Scheiß. Ich habe richtig geile vorproduziert, mit dem Sandroberrauch und so. Ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, wann es online kommt. Auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Hat auch wirklich richtig viel Arbeit gekostet. Ich probiere auf jeden Fall auch die Videos jetzt aufwendiger zu machen und sowas. Werdet ihr dann sehen. Aber damit ihr mal Bescheid wisst, dass jetzt Mittwoch, Samstag mal ein Video kommt und wenn mal eine Woche kein Video kommt, dann auch nicht böse sein, dann habe ich halt keine Zeit gehabt. Als Schüler hat man halt dann wirklich nicht so viel Zeit wie ein hauptbeguflicher YouTuber. Der hat ja Everyday Saturday und so. Also von dem hat er jeden Tag so ewig Zeit wie, keine Ahnung, wie wir am Wochenende halt haben dann. Genau, Leute. Das war es von dem Video. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und könnt das Ganze nachvollziehen. Für euch ändert das Ganze eigentlich nichts. Es kommen die ganzen Videos so ganz normal. Außer vielleicht mal eine Woche keins dann. Genau, Leute. Also, wenn ihr es nachvollziehen könnt, ja, dann freut es mich auf jeden Fall. Schreibt es eure Meinung dazu mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze machen würdet. Ja, genau, weil ich will ja jetzt auch nicht, wenn ich jetzt ganz normal jeden zweiten Tag ein Video raushau. Leute, dann sind meine Videos schon am Ende der Ferien jetzt aufgebraucht, Leute. Und dann habe ich auf einmal keine Zeit mehr. Dann kommen auf einmal zwei Wochen keine Videos. Und das wäre natürlich dann auch richtig scheiße für euch. Also, von dem her habe ich das jetzt so geregelt. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das regeln würdet. Und ja, dann lasst den Daumen nach oben da. Nee, keine Ahnung. Und ja, dann, ihr braucht auf das Video jetzt keine Bewertung da lassen. Das ist einfach so ein Infovideo. Außer, ihr habt es da Bock drauf. Schreibt es mir in den Kommentar. Das würde mich mehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.